so ist glaube ich noch weiterfahren du bist du jetzt vor dir ich bin jetzt irgendwo auf den bahnsteig rechts stehen lkws zurück 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 doch wir sind hier falsch wir sind schon richtig wir sind nur zu weit gefahren ich bin im falschen bleib ich habe das erste bildung gerecht da war noch extra solche schilder ich bin jetzt in cali gehrt 2 2 2 nicht so richtig das ist ja das ist links der steht hinter mir das mal glaube ich fahrt erst mal da rein weil ich ja 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 das heißt wo wie war es ja hier rechts von dir gemacht ja 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 da musst du sogar drauf fahren genau vorbei geheizt von den älteren ets version musst du einfach nur daneben fahren dann halt auf diesen offenen wagen fahren ja das hat schon gereicht wir kommen auch nur nach cali ich wäre lieber mit dem lkw durch den schönen eurotunnel gefahren äh nick was machst du da es sei der sahl wird schon bei mir so komisch aus oder ist nick bei dir auch so komisch wie er erzählt wie er ja ja nacht kanne was kann dir die nacht kanne jetzt dafür weiß ich auch nicht eingabe kaldeis neuberechnen ja du bist und ja genau nett gemacht ja mensch was für eine zugfahrt ja ich habe motor fehlfunktion bei mir geht gar nichts motor anmachen du musst so drücken ja ich kann das motor gehen an kriegen motor energie vorher du musst elektronik anmachen geht das doch nein ich komme nicht mehr weg ja woher was hast du denn gemacht ja jetzt überlegt ja gut was du sagst was hat er denn gemacht ja kurz vor dem bahnhof hat der nico doch in meinem meiner kabine gestanden so hat die gerät kaputt gemacht bin jetzt in werkstatt halt mal ein bisschen abstand zum nick der backt hier gerade voll rum ja nick ist irgendwie am rumzappeln wie weit ist die werkstatt weg mario muss ich gucken bitte benutzen sie die kräfte seite hallo schalten danke ja wenn ich wüsste wo ihr sah ach guck mal wenn du mal ja keine ahnung ich bin mitten in calais nick auch oder was wer ist denn mit mir in der werkstatt nikke achso weil kaputt komisch ja weil mario wieder rin gefahren ist in mir blablab 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 ja zwei leute nicht fahren so guck mal wo ihr rät demnächst links abbiegen wenn ich bedenke wieviel kilometer nick und ich schon nebeneinander auf dem stand streifen und er auf der spur verbracht haben oh ja oh ja boah boah das wäre eingefallen im moment mal ne musst du ja nicht mehr man muss sagen es geht nicht immer gut wenn er zum beispiel so in blende auf einmal steht ja das ist äh wobei kommt das kurz kurz nico und ich wir fahren jetzt auf die autobahn hier von calais aus ja auf die autobahn fahren wir auch nico bist du schon so hinter mir wo sind sich dreht ja aber eigentlich liegt nur gleich im auflieger ja ich hätte gerne wollen weil wir müssen eh warten ich hängt gleich im auflieger also gefühlt ist da morgen kalter also ich hatte gerade echt ganz schöne legs hier im calais ich nicht aber die lief alle so butterweich nein ich hätte die abfahrt daneben müssen ne doch nicht nein vielleicht ja doch nein nein aber ja doch hätte ich aber ich kann anders fahren okay ich fahre einmal um pudding du fährst sowieso anders guck mal sind ja jetzt nur noch 937 kilometer aber wird trotzdem mal die beine vertreten aufnahme kann ja weiter weiter laufen ich noch mal kurz auf klö auf klö ich war da es dauert ja wieder ja zumindest einmal aufstehen bin ich wieder da ja ich muss mir jetzt erstmal einen punkt suchen zum wenden aha hier kann ich ja ja man merkt dass man in frankreich ist fährst von der autobahn runter darfst direkt erstmal maut lönen du musst das du musst das oh gert du raus jetzt mikro raus ich glaube der krieg das gar nicht mit er vertritt sich gerade die bäder ja wow und dann fährst du auf die autobahn drauf und darfst direkt wieder maut bezahlen ergo wenn du dich in frankreich verfährst und von der und nur über die brücke fährst damit du wieder in die andere richtung kommst zwecks autobahn darfst du zweimal lönen ja das ist nett für jede fahrtrichtung einmal ja so jetzt bin ich in die richtige Richtung ja wahnsinn ich bin mir sicher du schaffst das wenn man dann nach frankreich rein fährt steht dann da diese autobahnen wurden gesponsert von das maio ja 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 ich bin noch auf dem weg ja können wir dann direkt weiter oder habt ihr jetzt die aufnahme unterbrochen nö ich hab nicht unterbrochen ah ja 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 das ist mir gerade ein lkw auf einmal aufgeploppt und sofort wieder weggeploppt ja unheimlich drückte ich muss ich muss mal ganz kurz parken wo seid ihr denn stehen da gleich rechts also die rollen lassen da das ja 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 er ist doch nicht geben sie gar ja ich glaube ich nicht keine ahnung okay er ist doof ich gebe einfach gras wenn ich jetzt irgendwann mal rausfahren ja bitte auch gar nicht das habe ich geahnt da hat die k.i. vor mir mal voll abgebremst wo ich bin ja wohl schon irgendein schlaue mensch hat zu mir mal gesagt in den spiegel gucken dafür sind sie da hat keine spiegel das ist das ja gut aber red ich mal nicht raus mir war ist jetzt geschafft weiß ich nicht keine ahnung was hat er gemacht wo ist er überhaupt dreifachen rittberger achtfachen salto und ich bin mit dem aufflieger an einer leitplatte hängen geblieben machen wir jetzt anders bin an der leitplatte hängen geblieben hab dann halt wirklich dreifachen rittberger und also war es so wieder übermütig kannst du ja nicht sein wie war das womit war nicht noch mal f9 f9 glaube ich f10 schon ausprobiert f11 auch ausprobiert nein post 1 keine ahnung man müsste warten dann ich komme da glaube ich nämlich nicht weg ach du ich glaube nicht bestimmt keine ausfahrt hier irgendwo so freien seiten platz ich komme ich komme hier nicht weg wollen wir einen kurzen aufnahme break machen ich werde nach calais zurück gesprungen dauert es schon weil dann gehe ich gerade noch was zu trinken und eine rauchen ja dann machen wir hier einen cut machen wir einen kurzen break bis zur nächsten folge